Hi! Willkommen zurück! Wir sind jetzt schon bei Teil 2, meiner wunderbaren Videoreihe. Mal sehen, wie weit wir kommen werden. Ich hoffe, wir kommen weit. Ich drücke mir alle Daumen. Ich glaube, das muss ich auch. Nochmal. Ich fang nochmal vorne an. Achtung! Es ist genau das passiert, was ich vermutet habe, was passieren würde. Ich lege mit meinen Videos zurück. Es ist nämlich schon viel zu spät. Ich frage mich, wann dieses Video jetzt hier in den Äther gehen wird. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich hoffe noch rechtzeitig. Aber nur weil ich zu langsam mit dem Schneiden meiner Videos bin, heißt noch lange nichts, dass ich letzte Woche überhaupt nichts gemacht habe. Diese Annahme wäre in der Tat nämlich total falsch. Wieso? Wieso? Ich habe nämlich angefangen, Dinge zu nähen, damit ich anfangen kann, meine Marke zu etablieren. Mal sehen, ob jemand diese extravaganten Einzelstücke kaufen will. Aber das werde ich ja erst sehen, wenn ich dann endlich irgendwann mal meinen Shop eröffnet habe. Aber ich muss mir erst mal über den Ort meines Shops klar werden. Die Stücke, die ich dann genäht habe, werde ich euch in einer Minute zeigen. Oder, oder ich werde ein zweites Video veröffentlichen für diese Woche, was dann nur den Nähprozess zeigt. Ich bin mir noch nicht sicher. Genauso unsicher wie bei dem Shop wahrscheinlich. Yay! Kommen wir jetzt mal wieder zurück zu dem Shop, in dem ich diese extravaganten, selbstgenähten Dinge verkaufen möchte, bevor ich dann die Endkollektion an den Mann bringe. Eigentlich will ich ja einen selbst gehosteten Shop haben. Aber da hat man halt Probleme, dass man dann keine Community hat, wie bei Davanda. Deswegen überlege ich erst mal anzufangen mit einem Davanda-Shop. Aber das Negative an Davanda ist ja, dass man dann Geld für zahlen muss. Aber man hat diese Community. Und das ganz Wichtige ist, ich weiß nicht, ob ich dann beim selbst gehosteten Shop das auch SSL verschlüsselt hinkriegen würde. Helft mir! Helft mir bitte! Wie geht das? Wenn ich mich dazu entscheiden würde, das selbst zu hosten, müsste ich jetzt auch ganz flott ein schönes Webdesign zusammenschustern, weil ich nächste Woche die Fotos machen möchte von den Dingern, die ich jetzt genäht habe, bereits genäht habe. Und dann die Woche drauf dann anfangen möchte, mein Zeug zu verkaufen. Bei mir dauert ein Webdesign machen. Für meine, also für meinen letzten Blog hat es zwei Wochen gedauert, bis ich fertig war. Und ich weiß nicht, wie das dann wird, wenn ich dann ein bisschen Webshop-System nehme, was ich noch nicht kenne. Und dann muss ich mich ständig mit dem CSL streiten. Ich wäre sehr glücklich, wenn ihr mir bei diesem Thema helfen könntet. Also wenn ihr mir Kommentare dazu hinterlasst und eure Meinung dazu sagt, das wäre ganz hilfreich und ganz nett, weil ich bin ziemlich ratlos jetzt gerade. Vor allem zu dem Shop-Problem. Also entweder der Wanderer oder selbst gehostet. Ich möchte meine Masterarbeit damit abschließen, dass ich nicht nur die Kollektion habe, sondern auch einen eigenen Shop auf meinem Webspace, der dann funktioniert, mit dem ich dann routiniert arbeiten kann und der dann rechtlich perfekt eingebaut ist. Was will ich noch? Was ich in naher Zukunft noch machen muss, ist ein Kleingewerbe anmelden. Ich glaube, das werde ich direkt nächste Woche machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Wenn wir gerade bei Rechtlichen sind, kann mich da jemand beraten? Hat jemand mehr Ahnung? Also, jemand Ahnung, mehr Ahnung als ich? Geht ja einfach. Ich habe nämlich null Ahnung. Meine E-Mail-Adresse steht in meinen Kontaktdaten. Oder auf meiner Webseite. Oder, oder, oder. Oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Wie auch immer. So. Es tut mir leid, dass dieses Video sehr hilfsbedürftig geworden ist. Aber ich brauche nur meine Hilfe und deswegen tut mir nicht leid. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich, nicht mich, sondern meinen Kanal abonniert. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüß! Hm.